Das ist mein Happy Model Mobula 6 ELRS mit dem ExpressLRS Empfänger, der mit alten Firmware 1.0 ausgeliefert wird. Ich zeige hier wie man ExpressLRS 2.0 auf das Board aufspielen kann. Bei der Mambo Funke nutze ich hier den neuen Namino Flash ExpressLRS Modul, welches ich bereits auf ExpressLRS Version 2.0 aktualisiert habe. Wir müssen auf dem Mobula 6 einfach per USB am PC die neue Betaflight 4.0 Firmware aufspielen, um ExpressLRS 2.0 nutzen zu können. Auf dem PC braucht man zuerst die neuesten Betaflight Konfigurator. Hier gehe ich auf die Github Seite von Betaflight Konfigurator. Dort hole ich mir den neuesten Konfigurator. Hier bei meiner Videoerstellung ist das noch die Testversion, die man hier laden kann. Der Betaflight Konfigurator ist hier von 24.12. Nach der Installation starte ich den Betaflight Konfigurator und sichere mir zuerst alle Einstellungen von dem Mobula 6 Whoop. Hier gehe ich auf die Kommando Zeile und gebe den Befehl DIFF ALL ein. So werden mir alle Einstellungen aufgelistet, die ich jetzt in die Zwischenablage kopiere und in einer Textdatei sichern kann. Nachdem ich alles gesichert habe, kann ich die neue Betaflight Firmware aufspielen. Betaflight erkennt bei dem Mobula 6 ein Omnibus F4 SD Flugcontroller, was aber nicht richtig ist. Also wähle ich hier Crazy B F4 SX1280 aus, was der richtige Name für den Happy Model Flugcontroller mit dem SPI ExpressLRS Empfänger ist. Die Firmware online laden und die Firmware flashen. Und schon wird das neue Betaflight 4.3.0 aufgespielt mit dem integrierten ExpressLRS in Version 2.0. Nach dem Update starte ich Betaflight Konfigurator neu und gehe in die Kommando Zeile, wo ich wieder alle Einstellungen die ich gesichert habe hier einfüge. Einfach den ganzen Text kopieren und in die Kommando Zeile einfügen. Falls wie bei mir ein paar Fehler in rot auftauchen, können diese alle ignoriert werden. Das liegt einfach an den alten Einstellungen, die es nicht mehr bei der aktuellen Firmware gibt. Ich gehe einfach in die Kommando Zeile und gebe den Befehl Save ein. Nun sind alle Einstellungen wieder hergestellt. Alle sieht gut aus und alle Einstellungen sind wieder da. Unter dem Empfänger Tab sehe ich endlich auch den SPI Empfänger ExpressLRS, was bisher ein leeres weißes Feld war. Auf meinem ExpressLRS Sender Modul an der Funke nutze ich das Binding Phrase und so kann ich das Binding Phrase auch bei dem Board nutzen, über den ExpressLRS UID Befehl. Dafür gehe ich auf die Homepage von ExpressLRS auf das Menü Hardware SPI Receiver. Dort findet man den UID Byte Generator, mit dem ich meine Binding Phrase in Zahlen Code umsetzen kann. So muss ich jetzt nur noch den kompletten Befehl mit den Zahlen kopieren und es bei Betaflight Kommando Zeile einfügen. Die Änderungen werden gespeichert und der Flugkontrolle startet neu. Nun ist mein Mobula 6 ELRS fertig gebunden. Ich muss nur noch den Akku einstecken und schon sehe ich die RSSI Balken auf der Funke, die mir die Verbindungsqualität darstellen. Bei dem ExpressLRS Skript kann ich mal nachschauen womit der ExpressLRS Sender verbunden ist. Hier sehe ich den Eintrag Betaflight 4.3.0. Was mir sagt, dass ein SPI ExpressLRS Empfänger verbunden ist über ein Board mit Betaflight 4.3.0. Unter Betaflight kann ich noch testen ob die Signale der Funke bei dem Empfänger ankommen und das sieht alles gut aus. Der RSSI Kanal muss hier nicht ausgewählt werden. RSSI und die Signalqualität werden automatisch mit den passenden Kanälen verknüpft und im OSD können RSSI und die Signalqualität angezeigt werden. Ich prüfe noch kurz die Video Sender Tabelle und diese wurde auch sauber aus der Sicherung wieder hergestellt. Die Motoren an und schon kann ich mit der neuesten Betaflight 5.3 und dem ExpressLRS 2.0 Kilometer weit fliegen ohne irgendwelche Failsafe zu bekommen. Viel Spass beim Fliegen. 2.5 5.3 6.5 7.8 8.1 7.5 10.9 10.8 Bis zum nächsten Mal.